Was hast du denn? Oh mein Gott! Eine Spinne. Wegen einem Spider. Darf ich mal hinter dir herlaufen? Nein, ich werde dich halten, wenn du das machst. Ich mach das nicht. Das ist auch mein voller Ernst. Wenn du mich loswerden willst, machst du das. Nein, ich mach das nicht. Du bist aus München. Dich kann man auch gebrauchen für eine Übernachtung. Am Gästezimmer. Tja, die Blonde. Sie ist ja schon ein Hingucker. Wie alt bist du eigentlich? 28. 28, okay. 32. Ja gut, aber ich finde, je älter die Männer sind, das macht auch attraktiver, weil sie dann nicht mehr so ganz... Bei uns sagt man drei Jahre zurück, zwei Jahre zurück. Dann sind wir ja schon fast auf einer Ebene, würde ich behaupten. Wir beschnuppern uns gerade vorsichtig.